Diesen ersten Gang zur Kabinettssitzung hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sichtlich genossen. Umweltminister Thorsten Glauber, ebenfalls von den Freien Wählern, wirkte dagegen noch etwas angespannt. Es war ein bisschen wie am ersten Schultag heute in der Staatskanzlei, als sich die schwarz-orange-Koalition zur ersten gemeinsamen Ministerratssitzung traf. Wer sitzt wo? Hubert Aiwanger jedenfalls hätte am liebsten gegenüber von Landwirtschaftsministerin Michaela Karniba Platz genommen. Es wird gescherzt, die Stimmung überaus harmonisch. Dafür darf Hubert Aiwanger ab jetzt im Kabinett Ministerpräsident Markus Söder direkt in die Augen schauen. Als erstes geht es natürlich darum, sich nochmal intensiver kennenzulernen. Dann geht es um Termine, um Arbeitsweisen. Also ich glaube, heute ist das ganz entspannt und dann geht jetzt natürlich die Arbeit los und darauf freue ich mich. Es ist natürlich eine ganz ehrenvolle Aufgabe und eine wichtige Aufgabe für die Bildung zu arbeiten, für die Zukunft, die Kinder und Jugendlichen. Und da wollen wir uns jetzt schnellstmöglich natürlich dran machen. Das Kultusministerium ist eines von drei Ministerien, das die CSU an die Freien Wähler abgeben musste. Kultusminister Michael Piazzolo will vor allem 5000 neue Lehrer in dieser Legislaturperiode einstellen. Das ist einer der ersten Schritte, der sicherlich getan werden muss, aber das muss auch im Haushalt hinterlegt werden. Wir alle haben immer wieder gesagt, wir bräuchten eigentlich eine 10-prozentige Reserve, um wirklich Unterrichtsausfall deutlich zu reduzieren. Weil es gibt eigentlich nichts Frustrierenderes, als wenn Unterricht ausfällt. Das motiviert nicht gerade zum Lernen, das ist nicht motivierend für die Lehrkräfte, die meistens irgendwie einspringen müssen. Da braucht man eine deutliche Reserve. Aber ich bin überzeugt, mit dem Ansatz, mit den Lehrstellen, die in der Koalitionsvereinbarung jetzt genannt sind, mit der Anzahl wird man der Herausforderung nicht gerecht. Ein aufregender Tag ist es auch für Judith Gerlach. Die 33-jährige Aschaffenburgerin leitet künftig Bayerns neues Digitalministerium. Aber schon jetzt kommt Kritik von der Opposition. Jetzt ist die Enttäuschung groß, weil die Kernaufgaben dieses Ministeriums bleiben beim Finanzministerium, nämlich der gesamte Breitbandausbau. Das hätte ich als eine Schwerpunktaufgabe des neuen Digitalisierungsministeriums angesehen. Dazu kommt auch, dass das Thema Medien bei der Staatskanzlei verbleibt, während Games-Förderung und Filmförderung beim Digitalisierungsministerium jetzt sind. Also ich denke, das ist ein völliges Durcheinander. Wir müssen uns die Strategie überlegen, das ist ja auch Aufgabe von uns, dass wir das Ganze zusammenführen. Das ist ja die Idee, dass man nicht in den einzelnen Ministerien die verschiedenen Zuständigkeiten hat. Und eigentlich hat keine so richtig den Hut auf, sondern es sollte in einem Ministerium gebündelt sein. Und ich habe dann im Prinzip die Verantwortung und den Überblick über alle Ministerien und die Themen und führe die zusammen. Und halte die natürlich auch an, dass es dann dort vorangeht in dem Thema. Die schwarz-orange Regierungskoalition hat ihre Arbeit aufgenommen. Jetzt geht es darum, abzuliefern. Vielen Dank.